Hi zusammen, Stefan hier und in diesem Video will ich euch eine kleine Einführung in WordPress SEO geben, damit euer WordPress Blog oder eure Webseite bei Google ganz nach oben kommt. Und für alle, die schon mit dem Thema Link Building angefangen haben, gibt es am Ende noch einen ganz speziellen Bonus. Also bleibt auf jeden Fall dran, lasst uns loslegen, direkt an den Rechner. So, hi zusammen, heute mal mit einem Video zum Thema WordPress SEO. Wie bekommt ihr eure WordPress Webseite bei Google ganz nach oben? Und ich will euch jetzt hier in dem Video mal Schritt für Schritt erklären, was ihr alles On-Page machen müsst und was eben auch Off-Page ein bisschen wichtig ist, so ein bisschen für Einsteiger, die sich noch nicht so gut mit dem ganzen SEO-Thema auskennen. So, das Erste, was ihr macht, ist, ihr ladet euch ein SEO-Plugin runter hier unten auf Plugins installieren und meiner Meinung nach ist das mit Abstand beste Plugin, hier kann man suchen, das Yoast SEO-Plugin. Und das installieren wir jetzt mal hier bei WordPress. Aktivieren das und wir erstellen jetzt erstmal gleich einen neuen Artikel, Beitrag erstellen und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, über was sollten wir jetzt schreiben. Das Wichtigste ist natürlich zu wissen, okay, worauf will ich eigentlich ranken, bei welchem Thema will ich oben stehen. Jetzt nehmen wir mal das Thema, lassen wir mal einfach ein Beispiel, ähm, Angeln in Bayern, keine Ahnung. Nehmen wir das mal als Keyword. So, was jetzt, was jetzt, ähm, hier automatisch passiert ist, ist jetzt praktisch, dass das Keyword, Angeln in Bayern, hier in die URL gekommen ist. Dazu müsst ihr hier in den Permalinks die Struktur ändern. Bei Einstellungen in Permalinks müsst ihr unten einfach einstellen, dass es der Beitragsname angezeigt wird. Ähm, das ist natürlich auch wichtig für SEO, aber da komme ich gleich dazu. Also, der Punkt ist erstmal, ähm, überlegt euch ganz genau, was ihr hier praktisch, ähm, auf was ihr hier optimieren wollt. Und das ist, ähm, unser Keyword heute, Angeln in Bayern. Und dementsprechend schreiben wir das jetzt erstmal hier in den Tag. Wir können jetzt mal direkt uns eine Vorschau anschauen. Und wir sehen jetzt hier, so sieht die Webseite gerade aus, ähm, WordPress macht automatisch den, die Überschrift dann in H1, also praktisch, äh, im HTML-Code H1, was für SEO gut ist und womit man auch eben Google sagt, okay, bei dem Artikel, bei dem Thema geht es hier um Angel in Bayern. Was ich persönlich jetzt noch machen würde, ist, ich würde jetzt noch irgendwas, äh, praktisch so als Nebensatz reinschreiben, der dann später auch bei Google erscheint oder dementsprechend auch so ein bisschen auf der Webseite erscheint, ein bisschen clicky ist. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, an den Bayern so, fangt, fangt, oder fangt ihr, schreibt mal fangt, so fangt ihr alle Fische oder sowas. Ist ja jetzt wurscht, ja. Im Endeffekt geht es darum, okay, wir machen das Keyword hier vorne rein und wir machen dann praktisch danach nochmal so einen Nebensatz, der so ein bisschen die Aufmerksamkeit von den Besuchern zieht. So, wenn hier jetzt irgendwas anderes drinne stehen würde, wenn ihr das jetzt zum Beispiel gleich so mit, so fangt ihr alle Fische, ähm, geschrieben hättet, dann wird es auch in der URL hier drin, da würde ich das natürlich hier rausnehmen. Ich persönlich bin ein Fan davon, das einfach nur clean zu lassen, Keyword fertig. So, und jetzt ist natürlich der Punkt, ihr müsst jetzt den Text schreiben, ja. Und dann sagen die Leute immer, also beziehungsweise gab es dann früher auch immer dieses Thema Keyword Density, man muss ungefähr 3%, 2-3% vom Text muss das Keyword Angeln in Bayern beinhalten. Ähm, ich sag mal so, das ist meiner Meinung nach heutzutage gar nicht mehr wirklich wichtig, es sei denn, man ist in einem Bereich unterwegs, der wirklich keine Konkurrenz hat, wo man wirklich nur mit On-Page, mit diesen Maßnahmen, wie wir jetzt besprechen, ähm, nach vorne kommen kann. Und dann ist es vielleicht, ja, macht einen kleinen Unterschied aus gegenüber anderen Texten, wo es eben nicht so ist, aber ich würde es generell davon abraten, schreibt einfach einen anständigen Text. Was meiner Meinung nach wichtiger ist, ist semantische Zusammengehörigkeit, das heißt, wenn ihr zum Beispiel Angeln in Bayern schreibt, ähm, dann erwartet Google, dass das Wort Fische zum Beispiel vorkommt oder Köder. und, ähm, sie können diesen semantischen Zusammenhang eben erkennen und wenn ihr einen ganz normalen, informativen Text schreibt, wo ihr euch nicht die ganze Zeit darüber Gedanken macht, ähm, ja, wie bringe ich das Keyword da jetzt rein, was schreibe ich da jetzt, etc., dann schreibt ihr schon automatischen, anständigen SEO-Text in meinen Augen. Ähm, wie gesagt, ich habe auch einige Beispiele schon gesehen in den letzten Monaten, wo das immer noch so ein bisschen, ähm, sag ich mal, gespamt wird mit dem Keyword und es funktioniert auch. Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen ausprobieren, ich persönlich bin kein Fan davon, schaut einfach, dass das, dass das Keyword mal drinnen vorkommt, ja, aber jetzt nicht die ganze Zeit wiederholen. Früher war es auch so, man kann dann das Keyword nehmen, macht es fett oder macht es kursiv, damit Google erkennt, ah, okay, das ist hier wohl ein besonderes Keyword in dem, in dem Text. Wie gesagt, wenn ihr euch, wenn ihr eine Webseite habt, wo es eigentlich so gut wie keine Konkurrenz gibt, dann kann das einen Unterschied machen, wenn ihr jetzt zum Beispiel ranken wollt bei Angeln in Bayern, also ich weiß nicht, ob das jetzt so schwer ist, aber ich kann mir vorstellen, da gibt es einige Webseiten, die darauf schon optimieren und, ähm, deswegen macht, wird das hier keinen großen Unterschied machen, da kommt es auf andere Dinge an. Also ich schreibe jetzt hier den Beitrag und jetzt kommt, wenn ihr jetzt ein Bild einfügt, ähm, so, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel ein Bild auswählt und ihr ladet jetzt hier ein Bild hoch, das ist einfach nur mal ein Beispielbild, seht ihr hier den Titel und, ähm, hier ist es wichtig, aus SEO-Sicht ist eigentlich nicht mal der Titel wichtig, sondern der Alternativtext. Ähm, wenn ihr Bilder praktisch in den Artikel einfügt, schaut einfach, dass in dem Alternativtext das Keyword nochmal vorkommt und das habe ich jetzt hier nicht gemacht, aber was auch noch so ein kleiner Insider-Trick ist, ähm, dass ihr den, ähm, das Bild so benennt, wie den, wie das Keyword, also in dem Fall würde es dann Angeln-In-Bayern.jpg heißen, am besten. Das sind nur mal so Kleinigkeiten, die man machen kann. So, jetzt hat Google praktisch den Text, den semantisch optimierten Text, das Bild mit dem Keyword, die URL ist das Keyword drin, in der Überschrift mit H1 ist das Keyword drin und ich will euch jetzt echt nicht langweilen mit Dingen, die so wirklich keinen großen Unterschied machen, das sind so die wichtigsten Punkte, die man beachten muss. Jetzt sind wir hier unten, jetzt wird es nochmal interessant eben für die Anzeigen bei Google und beziehungsweise für die SEO-Listings und hier unten bei Yoast SEO kann man jetzt eben hier die Titles etc. anpassen und das ist das, was aus On-Page-Sicht den größten Einfluss auf das Ranking hat und deswegen ist es wichtig, dass das Keyword, auf das ihr optimieren wollt, ganz vorne steht, denn die Wichtigkeit von den Wörtern, die Google hier praktisch bemisst, nimmt ab, je nachdem, wie es von links nach rechts geht, also das Wort, was hier ganz rechts ist, wird nicht mehr so stark gewichtet, wie das hier ganz vorne ist, also Keyword immer vorne, wie gesagt, hier nehmen wir, da kommt jetzt wieder praktisch der Punkt, wo es wichtig wird, dass die Leute klicken, weil das ist ja das, was die Leute praktisch bei Google sehen und jetzt mache ich nochmal so einen kleinen Trick, das in Anführungszeichen zu schreiben, es tut einfach deutlich mehr die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen, wenn was in Anführungszeichen geschrieben ist, das hat so diesen Hintergrund, da spricht jemand mit mir, das ist eine wörtliche Rede, also wenn ihr das jetzt seht, so fangen dir alle Fische, da sagt jemand was zu mir, blablabla, würden die Leute draufklicken und das ist eben nochmal ein Ranking-Faktor, wenn Google zum Beispiel auf Platz 8 dieses Ergebnis dann rankt und alle Leute klicken auf Platz 8, was passiert dann? Die CTR steigt und Google erkennt das und man wird im Ranking steigen, das sind diese soften Ranking-Faktoren, wo man eben beachten muss. So, hier ist das Keyword nochmal drin und jetzt hier die Description. Hier würde ich persönlich jetzt nochmal ein, zweimal das Keyword mit reinnehmen, das hat eigentlich keinen wirklichen Ranking-Faktor, also beziehungsweise es macht eigentlich nichts dafür, dass man bei Google weiter oben steht, aber was passiert ist, dass praktisch diese Keywords, die dann gesucht werden, fett markiert werden. Wenn wir jetzt hier Texte haben, ich weiß nicht, ob das jetzt hier umbricht, nee, leider nicht, und dann sehen die Leute, okay, das Keyword ist einmal hier und einmal hier fett markiert bei Google, wenn man genau danach gesucht hat und das erhöht wiederum die Klickrate, was wiederum das Ranking erhöht. Man kann jetzt hier, man kann jetzt hier das nochmal bei Yoast reinschreiben und zu überprüfen, was jetzt in dem Inhalt oder in dem Text ja, richtig gemacht wurde. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, ja, der Titel ist richtig, ich weiß nicht, was das bedeuten soll, dieses Hauptkeyword hast du noch nie zuvor benutzt. Okay, ja, wahrscheinlich check Yoast hier ab, ob man nochmal einen anderen Artikel hat und ja, eben oft das Keyword optimiert ist, was natürlich auch nicht gut ist, weil man dann immer Duplicate Content beziehungsweise das Problem hat, dass Google nicht weiß, welches man ranken soll. Aber hier kann man sich nochmal so ein bisschen Tipps geben lassen. Okay, ich verstehe nicht, warum jetzt hier steht die Images on this page does not have all tags containing your focus, was eigentlich nicht stimmt, weil wir haben ja gerade gesehen, wir haben es richtig gemacht. Also keine Ahnung, warum das hier nicht funktioniert. Alternative Tags, Angeln in Bayern. Ach, warum habe ich hier Angeln im Fokus geschrieben? Oh, okay, das war natürlich mein Fokus. Oh, jetzt sieht man, was passiert. Super, das war alles mit Absicht, weil jetzt sieht man, jetzt ist alles grün. Okay, da war ich wahrscheinlich gerade ein bisschen abgelenkt, keine Ahnung. Aber hier kann man nochmal den Check machen. So, wie gesagt, es gibt noch einige Kleinigkeiten, die man machen kann, aber ganz ehrlich, verschwendet eure Zeit nicht mit Kleinigkeiten, die eh keinen Unterschied machen. Nochmal kurz zusammengefasst, in die Überschrift H1, das Keyword, in die URL, das Keyword, in den Text, das Keyword, am besten semantisch, beziehungsweise den Text, der einfach Sinn macht, in den Alt-Text von dem Bild, in den Bildnamen, das Keyword, in den Title, das Keyword, mit einem catchy Phrased am Ende, in die Description, das Keyword, und das war's. Also, das ist alles, was ich euch jetzt hier mitgeben will, was On-Page-Optimierung geht. So sieht es leider jetzt aus. Und jetzt kommt natürlich noch der wichtige Punkt, wenn ihr in einem Umfeld unterwegs seid, wo eben andere Leute auch SEO machen, dann ist es nicht unbedingt jetzt hier Rocket Science, das wissen die meisten Leute und dementsprechend werdet ihr damit nicht, sonderlich weit nach oben kommen, wenn es wirklich was ist, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, ich will auf Angeln, auf Positionen einstehen, ja. Was ist da wichtig? Da ist es wichtig, dass andere Webseiten euch oder diesen Artikel verlinken und ihr müsst für diesen Artikel Links aufbauen. Ich glaube, das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, dann sind wir im ganzen Bereich Off-Page-SEO. Das ist nochmal ein ganz anderes, großes Thema. Ich gebe euch jetzt mal hier ein Gratis-Bonus mit von meiner persönlichen kostenlosen Link-Quelle, also ich habe praktisch in den letzten fünf Jahren immer wieder neue Quellen gefunden, die, ja, wo man kostenlose Links setzen kann. Es sind viele, ja, Web 2.0 Portale oder auch andere Seiten, jetzt nicht unbedingt irgendwelche Artikel verzeichnen, das ist so ein Quatsch, ja, also schon was, was anständiges, wo man ein paar coole Links herbekommt. Also, jetzt will ich euch mal einen davon von dieser Liste zeigen, damit ihr mal für den Artikel mal einen coolen Link auf jeden Fall aufbauen könnt. Aber denkt dran, es ist wichtig, wenn ihr kontinuierlich bei harten Keywords nach oben kommen wollt, dann müsst ihr für eure Artikel Links generieren. So, hier jetzt mal eine Quelle für euch aus meiner geheimen Liste mit den kostenlosen Link-Quellen. Wir sind jetzt hier auf der Seite 500pix.com und wir gehen jetzt mal auf sichtbarkeitsindex.de 500pix.com und ich sag mal so, das ist mal ein anständiger erster Link mit einem Sichtbarkeitsindex von 0,33. Ich glaube, die Backlink-Popularität von der Seite ist auch ganz gut, kann habe ich jetzt nicht angeschaut. Ist jetzt auch egal, ich will euch eigentlich zeigen, was man hier machen kann. Das ist eine Seite, ja, wo man eben Fotos hochladen kann, etc. Und man kann sich jetzt hier oben anmelden, beziehungsweise registrieren und einen neuen Account machen lassen. So, und wie sieht es dann aus, wenn man einen Account gemacht hat, dann hat man hier, praktisch, man sieht es hier, Stefan, Betreiber der Webseite, etc. und hier oben ist die URL, die sich praktisch generiert hat und zum jetzigen Zeitpunkt, Anfang 2016, waren das hier Follow-Links, also einige von der Liste sind Follow, einige sind No Follow, man hat aber auf jeden Fall eine gute Mischung. Was man jetzt hier unten sieht ist, ich habe hier unten den Link zu meiner Webseite, ich habe einen Link zu Twitter, zu Facebook und zu Google Plus, also ich wähle mich hier schnell an, schreibe hier, ich meine, das ist ja nicht mal gut gemacht, ja, ich meine, ich könnte hier theoretisch noch einen großen SEO-Text hinschreiben, dass die Seite jetzt eben auch noch besser selber rankt und dann hat man hier einen schönen Follow-Link für Umme im Prinzip, ja. Was ihr beachten solltet, ist, solche Profil-Links sind oft nicht auf der Startseite verlinkt, das heißt, die müssen ja erstmal selber an Index kommen und dazu lassen sich eigentlich ja ganz oldschool SEO-Off-Page-Methoden benutzen, wie ja Social Bookmarks macht man eben so einen Bookmark auf dieses Profil, ja, damit eben das Profil indexiert wird und der Link dann eben von Google erkannt wird. Ja, das ist nur ein Beispiel für eine Linkquelle, die man eben kostenlos eben aufbauen kann, es gibt noch zig andere. Ich habe diese Liste, ich meine, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass ich die jetzt nicht umsonst rausgebe, aber ich habe die auf unserer Webseite verlinkt, die könnt ihr euch dort runterladen und da sind glaube ich jetzt mittlerweile über 70 solche Quellen drin, wo ihr eben kostenlose Links aufbauen könnt und naja, wie gesagt, schaut auf der Webseite vorbei, ich habe es euch unten verlinkt, wenn euch das interessiert, ihr müsst euch vorstellen, die Links, wenn man Links kauft heutzutage, die Kosten, also ich meine, jeder, der mit Link kauft, sich schon mal beschäftigt hat, weiß, wie teuer das Ganze mittlerweile ist und dementsprechend denke ich, dass das eigentlich ein mega Schnäppchen ist, dass man da so viele kostenlose Linkquellen jetzt hier bekommt für den Preis, aber wie gesagt, müsst ihr natürlich nicht machen, schaut es euch an, wenn es euch interessiert, wenn ihr Links aufbauen wollt, was relativ schnell geht in dieser Form. Ansonsten würde es mich freuen, wenn euch das Video in irgendeiner Form geholfen hat, dann gebt einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal, ich werde auf jeden Fall in Zukunft noch mehr solche Tutorials und solche Videos zum Thema WordPress etc. machen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.